Ich möchte kurz für mich wiederholen, was für mich wichtig war, ist, dass es mich riesig freut, dir heute mitteilen zu können, dass du bei mir in der Position bestanden hast, dass du nichts gescheut hast, hier nach Spanien zu kommen. Die 2000 Kilometer, das rechnet hier unheimlich hoch an. Ich freue mich für die nächsten Jahre, dass wir noch zusammen sind, auch wenn viele andere Trainer noch da sind, dass es gar nicht schlimm macht, man kann nur davon lernen. Und ich hoffe, dass wir uns trotzdem auch in Spanien wiedersehen oder in Deutschland. Auf jeden Fall heute hast du eine tolle Leistung gebracht. Und für mich das Wichtigste, wirklich deine Entwicklung zu sehen. Da haben wir viel drüber gesprochen und die war da und deswegen bin ich hier auch begeistert. Die Lachen freut mich riesig. Okay, gut, dann kommen wir zu unserem offiziellen Zeremoni. Okay, Händchen, zurück, los, hier, hin. Händchen, zurück, abnehmen, auch wieder normal formen, auch wenn jetzt kein neuer Wurt gleich angelegt wird. Ganz exakt. So, zu einem Elf. Okay, dann haben wir noch kurz eine Verbeugung. Mit dem Kopf, mit der Stirn. Bitte? Ja, komm, Entschuldigung, selbstverständlich. Die machen wir dir jetzt rum. Die machen wir jetzt rum. Okay, machen wir mal wieder anziehen. Okay, machen wir mal auf und auf. Okay, machen wir mal wieder anziehen. Okay, machen wir mal wieder anziehen. Okay, machen wir mal wieder anziehen. Exhale Und dann Atelier Goerbis Danke